hallo und herzlich willkommen und jetzt blinkt gerade der ganze bildschirm zu einer neuen verkauf von let's play gothic richtig aber wir machen einfach weiter wo wir aufgehört haben nämlich in der scavenger jagd es ist jetzt keine quest aber das war saving das war falsch das war ein neues spiel war auch falsch ich wollte wir müssen das gespräch mit den beiden jägern wobei das nicht so schlimm ist das war jetzt ehrlich so ewig lang das ist das problem aber auf neuen schnell speichern das ist zumindest gut zu wissen dass es so ist das ist wie ich mir gerade merke naja es ist gut zu wissen dass man schnell speichern kann richtig hier müssen wir nur das gespräch mit den beiden werden das haben so ist es echt haben das so früher früher war schon sein kann schon sein ja ich weiß ja was du sagen willst und dafür die letzte folge ist nicht so viel neues spannendes bei in die ja hier der wert für den im bier und trinkt ein bier der verlangst ganz schön viel ich würde gerne gehen und tschüss so zum glück dass er echt schnell und echt fix und echt ohne lag im gegensatz zu werden 3 3 da habe ich immer mega den lecker ab wenn ich wenn ich wenn ich gespeichert habe dann diesmal vielleicht ein bisschen intelligenter kämpfen poligen machen war ja das haben sie der super schon mal vom anfang an war nicht besonders drehung des todes wie verwende ich das jetzt einfach so essen das war einfach als steckt die scheiß ja ja ich bin hier im niemals lande da wie vor wo sie eine waffe gezückt haben das poligen hat nicht ähm danke weg mit ja dein glück aber ich hätte dir auch gerne die fresse poliert danke ähm ich glaube dass dahin ist das alte lager oder da musste ich niesen was wollte ich denn gerade noch mal machen ach genau ich wollte mal was nachgucken äh wenn ich du musst empfindlichkeit deutlich höher stellen weiß ist nicht nur blutdetails äh ja ein bisschen dass die maus steuerung dann empfindlicher ja aua 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 na waffe weg und äh lecker lecker im bären die wald wäre ist das so ähm haben wir geschafft das ist zumindest was dass die auch nicht gemacht haben wir das wundert sich eigentlich nicht so schlag 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 nicht getroffen das getroffen das ne ja das deutsch ist auf jeden fall erstklassig ähm was haben wir denn hier ist das eine blutfliege jo dann ah alles klar ne 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 das war falsch ne ach ne ne krise wirklich jo was ist das denn pine Money Bis zum nächsten Mal.